Das Bitcoin-White Paper von Satoshi Nakamoto, ins Deutsche übersetzt von der Seite bitcoin.org-bitcoin.pdf von 99 Bitcoins. Bitcoin, ein elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System. Abstrakt. Eine reine Peer-to-Peer-Version von elektronischem Bargeld würde es ermöglichen, Online-Zahlungen direkt von einer Partei an eine andere zu senden, ohne ein Finanzinstitut bemühen zu müssen. Digitale Signaturen stellen einen Teil der Lösung dar, aber die Hauptvorteile gehen verloren, wenn eine vertrauenswürdige dritte Partei weiterhin erforderlich ist, um Doppelausgaben zu vermeiden. Wir schlagen eine Lösung für das Problem der doppelten Ausgaben unter Verwendung eines Peer-to-Peer-Netzwerks vor. Die Netzwerk-Timestamps tasten Transaktionen ab, indem sie sie in eine fortlaufende Kette von Hash-basierten Arbeitsnachweisen einteilen, die einen Datensatz bilden, der nicht geändert werden kann, ohne den Arbeitsnachweis zu wiederholen. Die längste Kette dient nicht nur als Beweis für die beobachtete Ereignisfolge, sondern auch als Beweis dafür, dass sie aus dem größten Pool an CPU-Leistung stammt. Solange ein Großteil der CPU-Leistungen von Knoten gesteuert wird, die nicht zusammenarbeiten, um das Netzwerk anzugreifen, generieren sie die längsten Ketten- und Outpace-Angreifer. Das Netzwerk selbst benötigt eine minimale Struktur. Die Nachrichten werden nach bestmöglichen Bemühen gesendet und die Knoten können nach Belieben das Netzwerk verlassen und sich wieder an das Netzwerk anschließen, wobei sie die längste Beweisstückkette akzeptieren als Beweis dafür, was passiert ist, während sie weg waren. 1. Einführung Der Handel im Internet stützt sich fast ausschließlich auf Finanzinstitute, die als vertrauenswürdige Dritte für die Abwicklung elektronischer Zahlungen agieren. Während das System für die meisten Transaktionen gut genug funktioniert, leidet es immer noch unter den inhärenten Schwächen des auf Vertrauen basierenden Modells. Vollständig nicht umkehrbare Transaktionen sind nicht wirklich möglich, da Finanzinstitute die Vermittlung von Streitigkeiten nicht vermeiden können. Die Kosten einer Mediation erhöhen die Transaktionskosten, schränken die praktische Mindesttransaktionsgröße ein und verhindern die Möglichkeit für kleinere Gelegenheitstransaktionen und der Verlust der Fähigkeit, nicht reversible Zahlungen für nicht umkehrbare Dienste zu leisten. wird breiter angelegt. Mit der Möglichkeit der Umkehrung breitet sich das Bedürfnis nach Vertrauen aus. Händler müssen sich von ihren Kunden in Acht nehmen und sie um mehr Informationen bitten, als sie sonst benötigen würden. Ein gewisser Prozentsatz an Betrugs wird als unvermeidbar akzeptiert. Diese Kosten und Zahlungsunsicherheiten können durch die Verwendung physischer Währung persönlich vermieden werden, aber es gibt keinen Mechanismus, um Zahlungen über einen Kommunikationskanal ohne eine vertrauenswürdige Partei zu tätigen. Was benötigt wird, ist ein elektronisches Zahlungssystem, das auf einem kryptografischen Beweis statt auf Vertrauen basiert, wodurch zwei bereitwillige Parteien direkt miteinander arbeiten können, ohne dass eine vertrauenswürdige dritte Partei benötigt wird. Transaktionen, die rechnerisch nicht umkehrbar sind, würden Verkäufer vor Betrug schützen und routinemäßige Anderskontomechanismen könnten leicht implementiert werden, um Käufer zu schützen. In diesem Artikel schlagen wir eine Lösung für das Problem der doppelten Ausgabe unter Verwendung eines verteilten Peer-to-Peer-Zeitstempels vor, um einen rechnerischen Nachweis der chronologischen Reihenfolge der Transaktionen zu erstellen. Das System ist sicher, solange vertrauenswürdige Knoten gemeinsam mehr CPU-Leistung steuern als kooperierende Gruppen von Angreiferknoten. 2. Transaktionen Wir definieren eine elektronische Münze als eine Kette von digitalen Signaturen. Jeder Besitzer überträgt die Münze auf die nächste, indem er einen Hash der vorherigen Transaktion und den öffentlichen Schlüssel des nächsten Besitzers digital signiert und diese zum Ende der Münze hinzufügt. Ein Zahlungsempfänger kann die Signaturen überprüfen, um die Eigentumskette zu überprüfen. Das Problem ist natürlich, dass der Zahlungsempfänger nicht verifizieren kann, dass einer der Besitzer die Münze nicht doppelt ausgegeben hat. Eine gängige Lösung ist die Einführung einer vertrauenswürdigen zentralen Behörde, MINT, die jede Transaktion auf doppelte Ausgaben überprüft. Nach jeder Transaktion muss die Münze an die Münzstätte zurückgegeben werden, um eine neue Münze auszugeben und nur Münzen, die direkt von der Münzstätte ausgegeben werden, werden nicht doppelt ausgegeben. Das Problem bei dieser Lösung ist, dass das Schicksal des gesamten Geldsystems davon abhängt, dass die Münzanstalt die Münzstätte betreibt und dass jede Transaktion genau wie eine Bank durch sie gehen muss. Wir brauchen einen Weg für den Zahlungsempfänger, um zu wissen, dass die früheren Eigentümer keine früheren Transaktionen unterzeichnet haben. Für unsere Zwecke ist die früheste Transaktion die, die zählt, sodass unsere späteren Versuche, doppelt auszugeben, egal sind. Die einzige Möglichkeit, das Fehlen einer Transaktion zu bestätigen, besteht darin, alle Transaktionen zu kennen. Im MINT-basierten bzw. Behörden-basierten Modell war die Münzstätte über alle Transaktionen informiert und entschied, welche zuerst eintraf. Um dies ohne eine vertrauenswürdige Partei zu erreichen, müssen Transaktionen öffentlich angekündigt werden und wir brauchen ein System für die Teilnehmer, um sich auf einen einzelnen Verlauf der Reihenfolge zu einigen, in der sie empfangen wurden. Der Zahlungsempfänger benötigt den Nachweis, dass zum Zeitpunkt jeder Transaktion die Mehrheit der Knoten zustimmte, dass es der erste Empfänger war. Drittens. Zeitstempelserver. Die von uns vorgeschlagene Lösung beginnt mit einem Zeitstempelserver. Ein Zeitstempelserver arbeitet mit einem Hash eines Blockes von Elementen, die mit einem Zeitstempel versehen werden sollen und publiziert den Hash weit, beispielsweise in einer Zeitung oder einem Usenet-Post. Der Zeitstempel beweist, dass die Daten offensichtlich zu der Zeit existieren mussten, um in den Hash zu gelangen. Jeder Zeitstempel enthält den vorherigen Zeitstempel in seinem Hash, der eine Kette bildet, wobei jeder zusätzliche Zeitstempel die vorherigen verstärkt. Viertens. Arbeitsnachweis. Um einen verteilten Zeitstempelserver auf Peer-to-Peer-Basis zu implementieren, müssen wir ein Ausführungsbeweissystem verwenden, das Adam-Hacks-Hash-Cache-Anet statt Zeitungen oder Usenet-Posts. Der Arbeitsbeweis umfasst das Scannen nach einem Wert, der bei der Hash-Verarbeitung, wie bei SHA-256, mit einer Anzahl von 0 Bits beginnt. Die erforderliche durchschnittliche Arbeit ist exponentiell in der Anzahl der erforderlichen 0 Bits und kann verifiziert werden, indem ein einzelner Hash ausgeführt wird. Für unser Zeitstempel-Netzwerk implementieren wir den Arbeitsbeweis, indem wir eine Nose im Block inkrementieren, bis ein Wert gefunden wird, der dem Block-Hash die erforderlichen 0 Bits gibt. Sobald der CPU-Aufwand aufgebraucht ist, um den Arbeitsbeweis zu erfüllen, kann der Block nicht geändert werden, ohne die Arbeit erneut auszuführen. Da spätere Blöcke nach ihm verkettet werden, würde die Arbeit zum Ändern des Blocks das Wiederholen aller nachfolgenden Blöcke umfassen. Der Arbeitsnachweis löst auch das Problem der Repräsentation in der Mehrheitsentscheidung. Wenn die Mehrheit auf einer IP-Adresse mit einer Stimme basiert, könnte sie von jedem unterlaufen werden, der viele IPs vergeben kann. Arbeitsnachweis ist im Wesentlichen eine CPU, eine Stimme als Beweis. Die Mehrheitsentscheidung wird durch die längste Kette dargestellt, in die der größte Arbeitsaufwand investiert wird. Wenn ein Großteil der CPU-Leistung durch vertrauenswürdige Knoten gesteuert wird, wächst die ehrliche Kette am schnellsten und übertrifft alle konkurrierenden Ketten. Um einen vergangenen Block zu modifizieren, müsste ein Angreifer den Funktionsnachweis des Blocks und aller Blöcke danach wiederholen und dann die Arbeit der vertrauenswürdigen Knoten einholen und überholen. Wir werden später zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Aufholens eines langsameren Angreifers exponentiell abnimmt, wenn nachfolgende Blöcke hinzugefügt werden. Um die zunehmende Hardware-Geschwindigkeit und das variierende Interesse an Laufknoten im Laufe der Zeit zu kompensieren, wird die Schwierigkeit des Nachweises der Arbeit durch einen gleitenden Durchschnitt bestimmt, der auf eine durchschnittliche Anzahl von Blöcken pro Stunde abzielt. Wenn sie zu schnell generiert werden, erhöht sich die Schwierigkeit. 5. Netzwerk Die Schritte zum Ausführen des Netzwerks lauten wie folgt. 1. Neue Transaktionen werden an alle Knoten gesendet. 2. Jeder Knoten sammelt neue Transaktionen in einem Block. 3. Jeder Knoten arbeitet daran, einen schwierigen Arbeitsnachweis für seinen Block zu finden. 4. Wenn ein Knoten einen Arbeitsnachweis findet, sendet er den Block an alle Knoten. 5. Knoten akzeptieren den Block nur dann, wenn alle darin enthaltenen Transaktionen gültig und nicht bereits verbraucht sind. 6. Knoten drücken ihre Akzeptanz des Blocks aus, indem sie an der Erstellung des nächsten Blocks in der Kette arbeiten, wobei der Hash des akzeptierten Blocks als der vorherige Hash verwendet wird. Knoten gehen immer davon aus, dass die längste Kette die korrekte ist und arbeiten daran, diese zu verlängern. Wenn zwei Knoten gleichzeitig verschiedene Versionen des nächsten Blocks übertragen, könnten einige Nodes die eine oder die andere Version zuerst empfangen. In diesem Fall arbeiten sie an der ersten, die sie empfangen haben, speichern aber den anderen Zweig für den Fall, dass dieser länger wird. Der Gleichstand wird gebrochen, wenn der nächste Proof-of-Work gefunden wird und ein Zweig länger wird. Die Nodes, die am anderen Zweig gearbeitet haben, werden dann auf den längeren umschalten. Die Ausstrahlung neuer Transaktionen muss nicht zwingend jeden Knoten erreichen. Solange sie viele Knoten erreichen, werden sie früher oder später in einem Block aufgenommen. Block-Ausstrahlungen sind auch tolerant gegenüber verlorenen Nachrichten. Wenn ein Knoten einen Block nicht empfängt, wird er diesen anfordern, sobald er den nächsten Block empfängt und erkennt, dass ihm einer fehlt. Sechstens, Anreize. Durch Konvention ist die erste Transaktion in einem Block eine spezielle Transaktion, die einen neuen Coin schöpft, der dem Erzeuger des Blocks gehört. Dies gibt neun Knoten einen Anreiz, das Netzwerk zu unterstützen und bietet einen Weg, Münzen erstmals in Umlauf zu bringen, da es keine zentrale Instanz gibt, die sie herausgibt. Das ständige Hinzufügen einer konstanten Anzahl neuer Coins ist analog zu Goldgräbern, die Ressourcen aufwenden, um mehr Gold in Umlauf zu bringen. In unserem Falle sind es CPU-Zeit und Elektrizität, die aufgewendet werden. Die Anreize können auch durch Transaktionsgebühren gefördert werden. Wenn der Ausgangswert der Transaktion geringer ist als ihr Eingangswert, entspricht der Unterschied einer Transaktionsgebühr, die dem Wert des Anreiz des Blocks hinzugefügt wird, der die Transaktion enthält. Wenn einmal eine vorherbestimmte Anzahl von Coins in Umlauf gebracht wurde, können die Anreize vollständig auf Transaktionsgebühren übergehen und so vollständig inflationsfrei sein. Die Anreize können helfen, Knoten zu motivieren, ehrlich zu bleiben. Wenn ein gieriger Angreifer in der Lage ist, mehr CPU-Leistung aufzubringen, als alle ehrlichen Nodes, müsste er wählen, ob er diese Leistung verwendet, um Menschen zu betrügen, indem er seine Zahlungen zurückstiehlt, oder ob er sie nutzt, um neue Coins zu erzeugen. Er sollte es profitabler finden, sich an die Regeln zu halten. Regeln, die ihn mit mehr neuen Coins versorgen können, als alle anderen zusammen. Als dass er das System und damit die Gültigkeit seines eigenen Wohlstands untergräbt. 7. Speicherplatz zurückgewinnen Sobald die letzte Transaktion eines Coins unter ausreichend Blöcken begraben ist, können die verbrauchten Transaktionen davor gelöscht werden, um Speicherplatz zu sparen. Um dies zu ermöglichen, ohne den Hash des Blocks zu brechen, werden die Transaktionen in einem Merkler-Tree gehashed und lediglich die Root in die Hash des Blocks aufgenommen. Alte Blöcke können dann komprimiert werden, indem Zweige des Baumes gekappt werden. Die internen Hashes müssen nicht gespeichert werden. Ein Blockheader ohne Transaktionen benötigt etwa 80 Byte. Wenn wir davon ausgehen, dass alle Blöcke alle 10 Minuten generiert werden, entsprechen 80 Byte mal 6, mal 24, mal 365 gleich 4,2 MB pro Jahr. Mit Computersystemen, die im Jahr, Stand 2008, typischerweise mit 2 GB RAM verkauft werden und Moore's Law, das aktuell ein Wachstum von 1,2 GB prognostiziert, sollte Speicherplatz kein Problem darstellen, selbst wenn die Blockheader im Speicher gehalten werden müssen. Achtens, vereinfachte Zahlungsverifizierung. Es ist möglich, Zahlungen zu verifizieren, ohne einen kompletten Netzwerk-Node zu betreiben. Ein Nutzer muss lediglich eine Kopie der Blockheader, der längsten Proof-of-Work-Kette aufbewahren, die er erhalten kann, indem er andere Netzwerk-Knoten so lange abfragt, bis er überzeugt ist, dass er die längste Kette hat und den Merkel-Zweig beziehen, der die Transaktion mit dem Block verknüpft, durch den sie einen Zeitstempel erhalten hat. Er kann die Transaktion nicht selbst prüfen, aber indem er sie mit einer Stelle in der Kette verknüpft, kann er sehen, dass sie von einem Netzwerk-Knot akzeptiert wurde und Blöcke, die danach angefügt wurden, bestätigen weiter, dass sie vom Netzwerk akzeptiert wurde. Als solche ist die Verifizierung zuverlässig, solange das Netzwerk von ehrlichen Nodes kontrolliert wird. Sie wird aber angreifbarer, wenn das Netzwerk von einem Angreifer überwältigt wird. Während Netzwerk-Knoten Transaktionen selbst verifizieren können, kann die vereinfachte Methode so lange durch einen Angreifer mit fingierten Transaktionen getäuscht werden, wie der Angreifer das Netzwerk dominieren kann. Eine Strategie, sich dagegen zu schützen, wäre es, Alarmsignale von Netzwerk-Nodes zu akzeptieren, wenn diese einen ungültigen Block erkennen, was die Software des Users veranlassen würde, den vollen Block und die vom Alarm betroffenen Transaktionen herunterzuladen, um die Inkonsistenz zu bestätigen. Unternehmen, die regelmäßige Zahlungen erhalten, werden dennoch ihre eigenen Nodes betreiben wollen, für eine unabhängigere Sicherheit und schnellere Verifizierung. Neuntens, Zusammenführung und Aufteilung von Werten Obgleich es möglich wäre, die Coins einzeln zu handhaben, wäre es unpraktisch, für jeden Cent mit einem Transfer eine separate Transaktion durchzuführen. Damit Werte aufgeteilt und zusammengeführt werden können, enthalten Transaktionen mehrere Inputs und Outputs. Normalerweise gibt es entweder einen einzelnen Input von einer größeren vorangegangenen Transaktion oder mehrere Inputs, die kleinere Beträge zusammenfassen und höchstens zwei Ausgänge, einer für die Zahlung und einer für die Rückgabe von Wechselgeld, falls notwendig, zurück an den Absender. Es sollte erwähnt werden, dass eine Auffächerung, bei der eine Transaktion von mehreren Transaktionen abhängig ist und diese Transaktionen wiederum von vielen anderen abhängen, in diesem Fall kein Problem darstellt. Es besteht niemals die Notwendigkeit, eine vollständige Kopie eines Transaktionsverlaufs abzurufen. Zehntens Datenschutz Das traditionelle Bankenmodell erreicht ein bestimmtes Datenschutzniveau, in dem der Zugriff auf die Informationen auf die beteiligten Parteien und die vertrauenswürdige dritte Partei begrenzt wird. Die Notwendigkeit, alle Transaktionen zu veröffentlichen, schließt diese Methode aus, aber der Datenschutz kann dennoch aufrechterhalten werden, in dem der Informationsfluss an einer anderen Stelle unterbrochen wird, in dem die öffentlichen Schlüssel anonym bleiben. Die Öffentlichkeit kann sehen, dass jemand einen Beitrag an jemand anderen sendet, aber ohne Informationen, die die Transaktionen mit irgendjemandem verknüpfen. Das ist dem Level an Informationen ähnlich, das von Aktienbörsen veröffentlicht wird, bei dem die Zeit und die Größe der individuellen Handelsvorgänge, das Tape, veröffentlicht wird, ohne dass dabei gesagt wird, wer die Parteien sind. Als zusätzliche Firewall sollte für jede Transaktion ein neues Schlüsselpaar verwendet werden, um zu vermeiden, dass die Schlüssel einem gemeinsamen Eigentümer zugeordnet werden können. Manche Verknüpfungen sind bei Transaktionen mit mehreren Eingängen noch immer unvermeidbar, weil diese notwendigerweise Preis geben, dass ihre Eingänge zum gleichen Eigentümer gehören. Das Risiko besteht darin, dass, wenn der Eigentümer eines Schlüssels bekannt gegeben wird, die Verknüpfung weitere Transaktionen offenlegen könnte, die zum gleichen Eigentümer gehört haben. Wir ziehen ein Szenario in Betracht, bei dem ein Angreifer versucht, eine alternative Kette schneller zu erzeugen als die ehrliche Kette. Selbst wenn dies gelingt, setzt es das System nicht willkürlichen Änderungen aus, wie zum Beispiel die Erzeugung von Wert aus dem Nichts oder das Nehmen von Geld, das dem Angreifer nicht gehört. Die Nodes werden keine ungültige Transaktion als Zahlung akzeptieren und die ehrlichen Nodes werden niemals einen Block akzeptieren, der eine solche enthält. Ein Angreifer kann lediglich versuchen, eine seiner eigenen Transaktionen zu verändern, um Geld zurückzubekommen, das er vor kurzem ausgegeben hat. Das Rennen zwischen einer ehrlichen Kette und der Kette eines Angreifers kann als binomischer Random Walk charakterisiert werden. Das Erfolgsereignis ist, dass die ehrliche Kette um einen Block erweitert wird, was deren Vorsprung um plus eins erhöht und das Scheitern ist, dass die Kette des Angreifers um einen Block erweitert wird, was den Abstand um minus eins reduziert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer aus einem gegebenen Rückstand aufholt, ist analog zum Problem des Ruin des Spielers. Angenommen, ein Spieler mit unbegrenztem Kredit beginnt mit einem Rückstand und spielt potenziell eine unbegrenzte Anzahl von Partien mit dem Ziel, die Gewinnschwelle zu erreichen. Wir können die jemals eine ehrliche Kette einholt, wie folgt berechnen. P ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein ehrlicher Note den nächsten Block findet. Q ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer den nächsten Block findet. Q Z ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer jemals den Rückstand von Z Blöcken aufholt. Unter unserer Annahme, dass P größer Q fällt die Wahrscheinlichkeit exponentiell, wenn die Anzahl der Blocks, die der Angreifer aufholen muss, steigt. Wenn die Wahrscheinlichkeit gegen ihn ist und er nicht frühzeitig einen glücklichen Sprung vorwärts macht, werden seine Chancen verschwindend gering, wenn er weiter zurückfällt. Wir erörtern nun, wie lange der Empfänger einer neuen Transaktion warten muss, bis er ausreichend sicher ist, dass der Absender die Transaktion nicht mehr ändern kann. Wir nehmen an, dass der Absender ein Angreifer ist, der den Empfänger für eine Weile glauben lassen möchte, dass er bezahlt wurde und dann die Transaktion nach einiger Zeit verändert, sodass sie an ihn selbst zurückgezahlt wird. Der Empfänger wird alarmiert, wenn dies geschieht, aber der Absender hofft, dass es dann zu spät ist. Der Empfänger generiert ein neues Schlüsselpaar und gibt den Public Key kurz vor dem Signieren an den Sender. Dies verhindert, dass der Sender bereits im Voraus eine Kette von Blogs vorbereitet, indem er so lange daran arbeitet, bis er ausreichend Glück gehabt hat, um einen ausreichend großen Vorsprung zu haben und dann die Transaktion in diesem Moment ausführt. Wenn die Transaktion einmal abgeschickt wurde, beginnt der unehrliche Sender insgeheim mit der Arbeit an einer parallelen Kette, die eine geänderte Version seiner Transaktion enthält. Der Empfänger wartet, bis die Transaktion zu einem Block hinzugefügt wurde und Z-Blocks dahinter angefügt wurden. Er weiß nicht genau, welchen Fortschritt der Angreifer bereits gemacht hat, aber davon ausgehend, dass die ehrlichen Blocks die durchschnittliche Zeit pro Block benötigt haben, entspricht der potenzielle Fortschritt des Angreifers einer Poisson-Verteilung mit dem erwarteten Wert Lambda gleich Z mal Q durch P. Um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass der Angreifer jetzt noch aufholen könnte, multiplizieren wir die Poissondichte für jede Summe des Fortschritts, den er gemacht haben könnte, mit der Wahrscheinlichkeit, dass er von diesem Punkt an aufholen könnte. Wir stellen die Formel um, um zu vermeiden, dass die unendlichen Nachkommastellen der Verteilung addiert werden und übersetzen dies in C-Code. Wenn wir einige Ergebnisse durchlaufen lassen, können wir erkennen, wie die Wahrscheinlichkeit exponentiell mit Z abfällt. Auflösung für P kleiner als 0,1 Prozent Zwölftens Fazit Wir haben ein System für elektronische Transaktionen vorgeschlagen, ohne uns auf Vertrauen zu stützen. Wir sind vom üblichen System von aus digitalen Signaturen erstellten Coins ausgegangen, das eine starke Kontrolle über die Eigentümerschaft bietet, aber unvollständig ist, ohne eine Methode, um Mehrfach Ausgaben zu verhindern. Um dieses Problem zu lösen, haben wir ein Peer-to-Peer- Netzwerk vorgeschlagen, das die Arbeitsbeweise benutzt, um eine öffentliche Historie von Transaktionen aufzuzeichnen, die für einen Angreifer rasch unmöglich veränderbar sind, solange ehrliche Nodes die Mehrheit der CPU-Leistung kontrollieren. Das Netzwerk ist in seiner unstrukturierten Einfachheit robust. Die Nodes arbeiten alle zur gleichen Zeit mit nur wenig Koordination. Sie müssen nicht identifiziert werden, da die Nachrichten nicht zu einer bestimmten Stelle geleitet werden und nur auf Basis der besten Bemühungen ausgeliefert werden müssen. Knoten können das Netzwerk nach Belieben verlassen bzw. diesem beitreten und den Proof of Work als Nachweis dafür akzeptieren, was während ihrer Abwesenheit geschehen ist. Sie stimmen mit ihrer CPU-Leistung ab, drücken ihre Akzeptanz von zulässigen Blocks dadurch aus, dass sie an deren Erweiterung arbeiten und weisen ungültige Blocks dadurch ab, dass sie sich weigern, an diese zu arbeiten. Alle erforderlichen Regeln und Anreize können mithilfe dieses Konsensmechanismus durchgesetzt werden.